damit liebe freunde herzlich willkommen zu game nummer zwei im halbfinale zwischen stw und den unicorns wir haben bei stw folgende schiff aufstellung eine vladivostok chapayev akazuki doppel le terrible auf der anderen seite haben wir vladivostok talin akazuki und le fantastique und le terrible so wir springen rüber zu stw da sehen wir pull send auf a bb auf b ok also die wollen hier fürs umkämpfte cap geht auf der anderen seite sehen wir ich würde mal sagen der smoke train mit der talin auf c und auf der anderen seite doppel le terrible ohne speed boost ok mit vladivostok im schlepptaum man muss hier sagen vom dps doppel le terrible stärker als le fantastique und le terrible sollte man mal erwähnen und sie werden auch früher in position sein mit dem speed boost der geht jetzt auch noch ein bisschen man hat da man hat hier die module nicht ja hier hat man das modul das macht noch mal unterschied man sieht es also knappe 30 sekunden ja aber man wird früher am cap sein mit beiden dds und wird dann auch früher in gunfight kommen kann vielleicht auch ein besseres positioning annehmen auf der flanke hier sieht man jetzt den speed boost und die le terrible nose in oder muss einen gamerturn machen jetzt kommt der gamerturn er spottet und kriegt vor den gamerturn jetzt muss der reload booster kommen jetzt muss man diesen gamerturn ausnutzen warum kommt hier nicht der reload booster warum wird hier nicht geschossen das hat viel zu lange gedauert das ist alles damage den man nicht rauskriegt gerade wenn man wolfpack spielt das muss sofort kommen wenn der wenn man die möglichkeit sieht gleich raushauen man hat hier sehr viel damage verschenkt ja man sollte vielleicht jetzt um switchen klar möchte man hier den dd runterschießen aber die literibel ist halt auch in dem fall vielleicht kann man auch hier ein bisschen der damage aufteilen aber tatsächlich war der trade nicht so gut na also bezüglich literibel und literibel ungefähr gleich kommen noch incoming shots ungefähr ausgeglichen aber man hat gesehen wahrscheinlich hätte man die literibel hier gekillt wenn der reload booster gekommen wird also das torpen ja sieht man häufig dass die leute beim torpen vergessen ihre ganz zu benutzen und das waren halt jetzt wertvolle sekunden wo man hätte vielleicht den kill machen können auf jeden fall hat stw jetzt hier ein vorteil die haben jetzt in smoke mit radar dass das ganze radar hier dass das ganze cap ausfüllt sie haben jetzt ein dd der cappen kann schauen wir mal auf der anderen seite ja die fladi kriegt tatsächlich das cap nicht das hätte ich jetzt auch so erwartet jetzt würde resettet das heißt das team von von unicorns kann sich in cap vorteil aufbauen also ein punkte lead aufbauen durch den cap vorteil so jetzt haben wir hier mal wieder ein bb das gefokust wird steht aber um kite daumen hoch von mir also der lässt sich hier auf jeden fall nicht nur aus den kitchen das ist wichtig ich würde mal sagen sie werden hier den fokus auf das b cap legen wollen da brauchen sie resets und italien da würde ich tatsächlich demnächst mal einen smoke warum tut er die dd nicht resetten das wäre jetzt mein warum tut er die dd nicht resetten warum bremst der jetzt da warum besetzt der dd nicht brauchen den reset sie brauchen 100 prozent diesen reset jetzt kommen die shots jetzt der reset ist zu spät der reset ist zu spät das ist halt das das kannst du dir halt nicht leisten das ist halt jetzt tickt das doppel cap gegen dich jetzt hast du ein lied aufgebaut hättest den gegner aus dem cap raus drängen können über die resets und hast die situation verstreichen lassen du hast so viel damage und du kriegst auch noch einen schlechten trade weil der cruiser die resets machen muss ja potenzial verschenkt muss ich leider sagen sehr schade also normal muss man die fladi forever resetten so jetzt kann man zumindest das b cap blocken um die führung aufrecht zu halten ich würde mit der literibler tatsächlich auch in kite drehen nicht nur aus innen weil wenn die hier gegen pushen hast du ein problem klar müssen sie gucken der gegner wird jetzt reagieren die schicken jetzt den smoke train rüber das hätte ich auch erwartet also tatsächlich müssen sie jetzt schauen dass sie ihren smoke train die unicorns warum also wenn der pecher kriegt der jetzt wieder einen eingeschenkt jetzt zieht die akazuki ihren smoke und der cruiser wird hinten verkauft ich verstehe es nicht warum spielt man die nicht hier außen zusammen liegt den smoke literibel spottet und beide schießen ohne dass sie die fladi irgendwie beschießen kann so würde ich es tatsächlich versuchen zu spielen jetzt müsste der repush kommen der kommt jetzt auch von diesem mal wenigstens nicht gepennt wie in game 1 wo sie die flanke dann afk haben spielen wollen aber sie müssen sich halt jetzt überlegen dass irgendwann dieser smoke train kommt sie haben schon länger nicht mehr gesehen der wird jetzt rüberkommen leider haben sie ihre talien auch nicht in position um ihr radar einzusetzen der steht jetzt im kite normalerweise müsste der hier irgendwo stehen um euer support geben zu können gegen den smoke train ich meine die fladi kaltet jetzt weg der tank das halt sehr sehr lang und ihr seht auch er hat noch zwei heels er hat noch die damage con ready er zieht die jetzt die wenn die nicht totkriegen sie müssen halt jetzt gucken dass sie dieses a cap kriegen und da wieder rausfahren weil der smoke train wird sie halt ja der smoke train zieht jetzt der akazuki die lederhosen aus die werden jetzt richtig lang machen also das ist halt das ist zu statisch das ist halt das was ich schon die ganze zeit sage die denken halt der gegner reagiert nicht aber natürlich reagiert der gegner nicht und du wirst jetzt deine idee weg weil du halt noch 20 minuten länger im smoke gefarmt hast das ist für mich halt nicht überraschend wenn ich hier drüben den smoke train sehe wo soll er den sonst sein die sind ja auch nicht statisch die werden ja auch irgendwas gegensetzen jetzt hast du halt keine chance mehr dieses b cap zu kriegen du hast jetzt die akazuki die das kriegt du hast die chapayev die hinter ihm sitzt und ja vielleicht schafft die lutherie blitz den kill das wäre enorm wichtig kriegt er ihnen noch ja der ist wichtig auf jeden fall jetzt muss er schauen dass er zugeht und die fladi muss sich jetzt auf jeden fall ins cap reinschieben und hier muss jetzt weggekitert werden wie das jetzt keine risiko eingehen ja hier die resets sind auch noch mal wichtig das ist gut das radar hier le terrible wird jetzt mit drauf gehandelt das ist auf jeden fall clever gespielt man verschafft sich hier noch mal zeit aber man darf halt gucken dass man mit der literie blit nicht so viel damage kassiert ob es jetzt ratzahn ist auf ap zu wechseln auf den cruiser zu schießen ist jetzt eine frage die man sich stellen muss aber das kann man sich tatsächlich auch nicht mehr so wirklich erlauben ich vermute mal dass die literie blitz die ganze zeit die fladi resettet ich hoffe er fährt nicht raus aus dem kerb nee fertig raus ich würde tatsächlich laddie jetzt versuchen ein bisschen um zu positionieren damit crossfire hat und die literie blit als absicherung mit dazusetzen weil selbst die literie blit 400 stunden brauchen die fladi runterzufarmen aber du wirst die crossshots hier brauchen so man hat jetzt ein punkte lead aufgebaut man muss das thema ist halt man hat jetzt sein smokeboard verloren ärgerlich weil er zu greedy war ich würde auch wieder sagen das kann dass das kann dafür sorgen dass das game noch verlieren werden weil damit hätten sie diesen push jetzt aufhalten können wo die torps sehen gar nicht so schlecht aus aber hydros an aber vielleicht nimmt der eine ne kriegt alle gedodged jetzt kommt das radar ja literie blitz drin der wird jetzt wahrscheinlich auch rausgehen weil 5k bei drei schiffen ist tatsächlich nicht so viel auch wenn man franzig hat kriegt aber tatsächlich gut gedodged ah letzten tics jetzt nicht jetzt nicht übermütig werden mit dem deutschen ich denke man hat schon hinter sich aber sehr gut gedodged hier tatsächlich alles und tatsächlich die talien muss jetzt durch fahren der muss jetzt komplett runterfahren der darf sich jetzt tatsächlich nichts spotten lassen ist er hart spottet normalerweise hat geht dabei zwölf irgendwas auf ne eigentlich sogar bei elf vier warum hat er jetzt geschossen er hat fast keine hp mehr warum macht er sich angreifbar ich meine wenn er einfach weg fährt gewinnen sie es in einer minute eine minute 42 ich würde einfach nur wegfahren sie gewinnt jetzt auch auf einem cap ich verstehe also die vladi muss jetzt auch zurück ins cap fahren ich weiß nicht warum die raus reversed warum gibt man dem gegner wieder die chance ins a cap zu fahren also auf jeden fall muss man jetzt rennen man darf jetzt nicht mehr bremsen gar nichts mehr einfach einfach rennen man hat in einer minute 18 voll gewonnen und das das reicht auch aus auch mit dem einfachen cap da wird es dann jetzt ein bisschen länger dauern aber bis die im cap sind würden werden jetzt auch noch mal ein paar sekunden vergehen dann brauchen sie mindestens eine minute bis 30 sekunden bis sie das cap haben wir werden gleich den timer sehen also da einfach nur rennen 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 sich nicht mehr spotten lassen und wichtig wird sein dass man hier dieses cap verteidigt so jetzt haben wir noch 40 sekunden und das team von stw braucht tatsächlich einen kill um hier noch mal dran zu bleiben die torps sind noch mal gut weil die sorgen noch mal dafür dass man hier slown muss ja muss noch mal weil ist laut ihn dadurch dass er sein ruder stellen muss da sind die zwei torps vielleicht kriegt man auch noch mal resets rein aber man technisch braucht man die resets nicht mehr machen man sieht jetzt 44 sekunden da kommt jetzt noch mal das radar das muss man jetzt noch überleben dann ist alles gut das wird jetzt noch mal eine kunst werden bremst hier gut ein ich hoffe er bleibt weiterhin auf der bremse jetzt sollte aber wieder beschleunigen weil jetzt irgendwann checkt der gegner auch wieder ja 20 sekunden überleben wenn die literibel das steht holen sie sich das game aber sie haben es auch wieder spannend gemacht muss man tatsächlich sagen ja tatsächlich kriegen sie es hin hier sich das game zu holen haben sie es aber tatsächlich wieder nicht einfach gemacht also zwischenzeitlich sieht es echt noch mal grenzwertig aus aber herzlichen glückwunsch zurückgekommen game nummer zwei geholt damit sind wir ich denke gleich auf ziemlich gleich auf von den punkten und game drei wird das alles entscheidende game ich freue mich drauf die teams liegen tatsächlich sehr nah beieinander und deswegen erwarte ich ein sehr spannendes drittes game